Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu Leverdead 2. Und wie immer dabei ist der Smoker, der Sander und der Shell. Jawoll! So, äh... Sollte doch bloß den Arschroch Shell bleiben stehen? Tür off! Äh, Tür off! Au! Auf den Skitten, du blöde Hure! Alter, jetzt reicht's! Wirst du wohl auch nicht zu heilen? Ja, wenn du, wenn du auf einmal kommst... Äh, ja... Mein... Feuer, da... Ach, was ist das? Nein, ich meine die scheiß Rochelle hier. Die hat gerade dreimal auf mich geschossen. Was machst du? Lass noch mal, wach! Dann blase ich sie ganz weg. Vorsicht! Ich nehm die Pfanne. Vorsicht! Wir müssen jetzt echt mal versuchen, eine Runde nur mit Pfanne. Meinst du? Nur im Notfall mit... Oh, ne Halbbomb! Aber wenn halt spezielle Zombies da sind. Ja... Generell, wenn's eng wird. Ja, wenn's eng wird. Eng ist geiler und ellenbarer Begriff. Ich bei Rochelle. Zing! Wirst du mal kotze? Fahnda! Ich hab ne Pipebomb, die macht mehr Spaß. Hallo Freunde! Bing, bing! Oh, eine Maschine! Seid ihr hier? Was macht ihr da hinten? Zombies weg? Ja, hier waren auch Zombies bei mir. Wir machen die Stadt sicher. Unsere Stadt soll sicher werden! Unsere Stadt soll sicher werden! Aus irgendeinem Film war das doch! Ne, unsere Stadt soll schöner werden. Gibst da auch. Och, die hätschen um. Oh, Rochelle, du nervst mit deiner Wache. Ja. Mach du mal leicht. Gewaltig. Jetzt wird er ne Pfanne. Und ist getot. Das ist das Pfannspiel. Die liegt mir gebraucht. Oh, nein! Da nicht! Aua! Nein! Lass mich in Ruhe! 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 Den Smoker abgeschweckt! Ja! Gerade als ich den Charter von Ruhe runterschießen wollte, der hat nämlich gezüngelt! Die prüft mich vor Ort. Ja! Du wies! Brauch Deckung! Wir machen hier ne Runde Pfannenrand alle! Stehst du drauf, Rochelle, gibst zu! Ich hab's mir die Gäste! Ja, ja, das brauch ich! Und noch ne Pipe! Wer will doch mal, wer hat noch nicht! Ja, Mensch! Irgendwas noch mal wieder mal legen. Pipe hab ich selber! Da kommt was! Da kommt was! Ja, nimm das halt! Das besser genau auf, wohin du zielst! Oh, jetzt wird's unangenehm! Cool! Hey, komm her! Wollt es mal! Oh, hey! Ah! Ist irgendwas im Weg gewesen gerade! Ist irgendwas im Weg gewesen gerade! Ich kann es halt nicht wegwerfen! Einfach! Mich auf es! Wo? 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 Äh, ich hab hier ein kleines Gruppenproblem! Boah! Wo bist denn du? Was? Was machst du da hinten? Robopole! Auf! Lade! So! Haben sie den gepanzerten gekriegt? Äh, keine Ahnung! Der war da irgendwo zwischen! Oh, wie das ist ne bessere Woche! Lecker! Die nehm ich mir zwischendurch! Ich nehm über die! Kau! Jetzt müssen wir aufpassen! Äh, ich hör was! Ich hör was! Das mach ich nicht mit Pfanne! Halt! Sag mal! Wer ist hin? Ich hab dir zwei Magazine verpasst! Ich hab dir 2 Magazine verpasst! Ich hab dir 2 Magazine verpasst! Ich hab da schon was hier! Ich hab da schon was hier! Smoker! Schocken! 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 Das ist Druck! Mal die hinten am Pflanzen sehn! Lade nach! Äh... Wenn ihr nochmal Munition tanken wollt! Da hinten ist noch was! Das ist gut! Verband... Ja, das... Das Verbandzeug nehm ich! Ja, ähm... Teil weil die Karte mir das dann geben dann nicht Moment mal, wieso zum Tor? Kann man hier noch? Ne, ich hol da hinten noch mal schnell das eine Ich hol Muni Okay, ich kann mit Hier hinten liegt ja noch eins Nimm Stochte, Schrotz? Schwierig Da liegt noch eins, wir haben uns aufgespart, zum Glück Meins? Bist du bescheuert? Mach doch nicht so was, dann klaut sie uns wieder das MediPay Okay So, fahren wir jetzt, können wir jetzt Fand uns noch nieder Fand uns doch mal, ey Da hoch und schneller Mir gibt's keine Sprint-Taste Pass mal kurz auf Ich hoffe, bist du bescheuert? Das ist schade Was soll denn das werden? Mach kacke Ach Leute Was? Willst du auch was? Nein Was soll denn das denn? Ich mach die Tür auf hier Ich mach die Tür auf hier Ich mach die Tür auf hier Ich renne irgendwo noch ein Smoker rum, passt das? Boah, jetzt bleib ich hängen nur noch Boah, jetzt bleib ich hängen nur noch Boah, jetzt bleib ich hängen nur noch Oh, Kampfbrocken Ding, 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 ding Ding, ding, ding Boah, Züttelkir Nein Der ist weg Das tut gut Oh, oh, ich müsste mal verratzen hier auch schneller Warte, warte mal Warte, warte mal Ich mach mal einen Schuss hier Glocke hoch Geht jetzt? Geht nicht, warte Ich hänge fest Okay Ops Ops Hey, wir müssen weiter Vorsicht Heiz mal aber auch hier Ich bin oben Ich bin oben Also, ich geh gerade aber Ich muss mich mal schnell verortzen hier Wart sonst nix Ja, wie war das noch? Man nennt mich nicht umsonst die Mauer Ich hab noch einen Pump Warte mal, Pipe Pump Ich schaue mich wieviel Nautkampfpils das jetzt haben Auf jeden Fall genug Ach Boah Wer ist denn der Hau остappen von Leiter weg? Hab dict ge Mason H Ев die Hau Diegerhainter Kaffee die Hau 10 Euer Durch den Busbahnhof! Busbahnhof! Den Liegen Will? Alter Schwede! Da könnte ich auch, ne? Oh, hast du schon, ne? Party geht weiter! Witch! Was? Witch? Ja, mein Kerl kann gerade nach Ruhe jetzt, er hat ne Witch! Da ist er! Shit! Oh, Rochelle, geht doch mal weg da! Schlachtplatte! Oh, die ist doch dämlich! Hat er gut geklappt? Ja, abgesehen davon, dass wir die Viecher mal wieder aufs Kreuz getroschen haben und ich deswegen die Witch nicht getroffen habe. Ich hab glaube, ich hab glaube, mehr die Rochelle getroffen als The Witch. Die Autobahn da führt direkt zu unserer Brücke. Giorgio? Wo? Nee, doch nicht, wollen wir nicht von mir oder? Ich glaube, ich glaube! Ich hör auch! Sextra! Das klart sich mit durch! Oh, das ist ein gepanzerter Himmel! Oh, nein! Komm schon! Oh, nein, 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 nein! Alter, wie er gegen den Zaun fressen will! Alter, wie er gegen den Zaun fressen will! Mit der Pfannen, mit der Pfannen, schau zu mir! Oh, das ist doch gar nicht, das hab ich auch nochmal mit dem Golfschläger hingekriegt. Apropos Golfschläger, wenn sie irgendwo einen gibt, den nehm ich sofort! Ja... Haben wir nochmal frei, ja... Moment! Ich muss mich verarzten! Schnell das Medikett einsack, bevor er sich verkrallt! Nee, kann sie nicht! Oh, das hat sie, glaube ich, erledigt! Ja, soll ich jetzt bei dem Gewehr hier bleiben, oder soll ich dir die AKs nehmen? Gute Frage! Ah, ja! Das ist schwierig! Nehm die AKs gemacht, ja! Ich hab bei der Schrotze und Pfannen! Oh, ich klaue nicht die, oder ich nehm die! Ja, ich hält die Rochelle! Ich nehm die! Moni! Schrie für Kreis! So! Scho, scho! Äh, wo? Ich glaube, wir hier rein! Warte mal! Oh! Der Kotzbrocken war unnötig! Los, rein mit euch! Wo ist er denn? Ja, 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 geh mal rein! Komm her! Komm her! Komm her! Komm jetzt rein! Hallo! So, machen wir's jetzt zu! Erstmal! Ja, ihr stinkmäuligen Wichser! 120, Alter! Hahaha! Hilfe! Alter! Das hat gesessen! Joa! Na gut, ich hab ihn ja auch zuerst gesehen, ne? Naja... Was? Echt? Obwohl ich die alten aufgelockt hab? Obwohl ich der alten voll in den Rücken geschossen hab! Ich dachte, ich hab immer jedes Mal in den Schell getroffen! Und da mal die Zombies auf mich eingeprügelt haben mit 10 Mal, dass mir der halbe Kopf weggepackt hat! Äh, hab ich ja nur auf Smoker geschossen, großen, größenteils! So, Leute! Ich helfe bloß Rochelle! Genau! Das war's mir heute für heute! Wenn's euch gefallen hat, macht ein Like oder schreibt uns einen Kommentar! Oder abonniert uns, wenn du's nicht schon gemacht hast! Wird uns freuen! Das war's mir heute! Bis dann dann! Ciao! Tschüss! Guck mal, Rochelle hält gar nicht auf der Hände! Nö! Ich brauche Hilfe! Tschüss!